Hi Leute, ich will euch heute nochmal die antibakteriellen Handschuhe von SilverNight vorstellen. Wenn ich letztes Mal so überzeugt war von den Schwarzen, werde ich heute mal die Weißen ausprobieren. Also beides sind aus 14% Silber und haben deswegen eine sehr hohe antibakterielle Wirkung. Und vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln finde ich es doch sinnvoll, sich öfter auch die Hände zu desinfizieren. Wobei mit den Handschuhen das nicht nötig ist, weil da das ganz einfach der Handschuh übernimmt. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das jetzt mal aus. Auf geht's! Ich besuche heute meine beste Freundin und muss daher mit Bus und Bahn fahren. Egal was ich anfasse, der Handschuh tötet die Bakterien ab. Und schon allein mit dem Wissen fühle ich mich viel hygienischer und sicherer. Bei meiner Freundin dann angekommen, muss ich ihr erstmal von den neuen Handschuhen erzählen. Und sie will sie natürlich sofort ausprobieren. Vor allem, dass man den Touchscreen trotzdem benutzen kann mit den Handschuhen, gefällt ihr besonders gut. Weil wir ja vor allem auch wissen, dass auf unseren Handys sehr viele Bakterien sind. So, ich bin wieder zu Hause und nicht nur ich bin begeistert von den Handschuhen, sondern auch meine Freundin. Sie hat sich tatsächlich gleich das schwarze Paar Handschuhe nachbestellt. Das soll was heißen. Also als Fazit können wir, glaube ich, sagen, die Handschuhe sind nicht nur ein Bakterienterminator, sondern auch ein echter Trendsetter. So, ich bin wieder zu Hause.